Herzlich willkommen zurück! Wir sind jetzt beim Fenster Punkt und Steigung 2. Dein Ziel für dieses Video ist es, die sogenannte Punktsteigungsform der Geradengleichung kennenzulernen. Hier sehen wir nun ein Koordinatensystem und in dieses haben wir eine Gerade eingezeichnet. Von dieser Gerade kennen wir die Steigung k und wir haben einen Punkt gegeben und von diesem Punkt kennen wir die x-Koordinate, die ist hier in diesem Fall allgemein x0 und wir kennen die y-Koordinate, hier y0. Und unser Ziel ist es nun, die Geradengleichung für diese Geraden aufzustellen. Und wie könnten wir hier jetzt vorgehen? Wir könnten die Geradengleichung in der Form y ist gleich k mal x plus d hinschreiben. Hier müssten wir aber ein bisschen rechnen. Warum? Also das k haben wir gegeben. Das heißt, das könnten wir einfach direkt einsetzen und somit wäre das k schon erfüllt. Das d können wir hier aber nicht gut ablesen oder können wir eigentlich gar nicht ablesen. Das heißt, um den y-Achsenabschnitt d zu erhalten, müssten wir die x-Koordinate x0 und die y-Koordinate y0 einsetzen und dann auf d umformeln. Es gibt aber eine noch einfachere Methode, diese Geradengleichung aufzustellen und das ist die sogenannte Punktsteigungsform. Wie kommt man da jetzt drauf? Und zwar, wir verwenden einen kleinen Vorstellungstrick und zwar, wir stellen uns vor, dass wir hier ein neues Koordinatensystem über die Gerade drüber legen und zwar ein Koordinatensystem, das genau durch den Punkt, durch diesen Punkt hier durchgeht, also bei der x-Koordinate x0 und y-Koordinate y0. Das Ganze würde dann in etwa so aussehen. Und jetzt stellen wir die Gleichung der Geraden mal für das blaue Koordinatensystem auf. Das ist ja ganz einfach, weil die Gerade geht hier durch den Ursprung, also vom blauen Koordinatensystem geht sie durch den Ursprung und wir kennen die Steigung k. Das heißt, die Gleichung der Geraden wäre für das blaue Koordinatensystem ganz einfach. y ist gleich k mal x. Und wir wären auch schon fertig. Nun, wir wollen aber, also hier könnten wir ihn gerne noch dazuschreiben für das blaue Koordinatensystem. Wir wollen aber die Geradengleichung jetzt natürlich nicht für das blaue Koordinatensystem angeben, sondern für das das weiße hier. Und hierfür können wir einen ganz einfachen Trick verwenden und zwar die beiden Koordinatensysteme, wenn wir die vergleichen, wie weit liegen die auseinander? Na ja, die haben genau einen x-Abstand von x0 und der y-Abstand ist genau y0. Das heißt, wie wäre es, wenn wir sozusagen das blaue Koordinatensystem in das weiße überführen? Dann müssten wir nur genau x0 nach links gehen und hier genau y0 nach unten. Also man könnte sich auch vorstellen, wir schnappen uns das blaue Koordinatensystem und ziehen es so nach unten. Wie würde das dann sich in der Gleichung widerspiegeln? Und zwar, wir müssten den y-Wert einfach genau um y0 verringern und den x-Wert müssten wir genau um x0 verringern. Das heißt, wir ziehen das blaue Koordinatensystem so nach links und nach unten. Dann würden wir die Gleichung in der Form y, und jetzt wir wollen genau den y0 abziehen. Das heißt, y minus y0 ist gleich k mal Klammer auf x und jetzt wollen wir genau diesen Schritt hier abziehen, also minus x0. Nun können wir noch ein bisschen umformeln und wir rechnen ganz einfach plus y0 und erhalten damit die Gleichung in der Form y ist gleich k mal x minus x0 plus y0. Und somit haben wir die Geradengleichung gefunden, die diese Gerade hier beschreibt. Also diese Gerade ist die Lösungsmenge von dieser Geradengleichung. Und warum macht uns das Leben jetzt einfacher? Hier in dieser Form hätten wir noch umformeln müssen. Hier in dieser Form brauchen wir nur mehr einsetzen. Also hier hätten wir noch d berechnen müssen und hier müssen wir jetzt nur die Werte für k, also die Steigung, die x-Koordinate x0 und die y-Koordinate y0 einfach einsetzen. Und wir haben bereits die Gleichung dieser Geraden gefunden.